Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten. CrunchGrow hier mit The Journey von FIFA 17. Wir befinden uns da so ein bisschen in den Endzügen und als nächstes steht schon wieder ein Spieltag an. Gegen Swansea, wenn ich das jetzt richtig gesehen hatte, genau. So, wir spielen mit Hunter. Wir waren ganz gut unterwegs. All right, lads, listen up. Exciting times, gentlemen. I'm going to guess you're all familiar with the league table. A couple of months ago, Andy, Mr. Butler, spoke about us mounting a title challenge. Well, thanks to you all, that potential has now become a very real prospect. Which is why I'm asking you all to give everything between now and the end of the season. I'm asking you to believe in yourselves and in each other. Our fans expect us to deliver. Winning trophies is what they live for. Keep your focus. Maintain your form. And in a few weeks, you could be holding aloft that Premier League trophy. It could be your names forever written in this great club's history. It's in your hands, gentlemen. Was für eine motivierende Ansprache. Naja, aus dem Ruinion. This is the part of the season, when champions are made. When history gets written. So get out there and take what's yours. Come on, lads. Das setzt sich durch. Jeder wird diesen Ball irgendwann berühren. Das ist ja der Meisterschaftsball unseres alten Großvaters. So, auch wir müssen konzentriert bleiben, wenn wir hier was reißen wollen. Ein Sieg ist ja eigentlich mehr, damit er schon pflicht. So, das Old Trafford soll zum Hexenhäuschen werden. Es soll brennen. Ja. Ja. Wir verteilen die Bälle. Ach, das wäre interessant geworden. Oh, da habe ich mich vernaschen lassen. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Druck erzeugt auf Swansea. Das gefällt mir sehr gut. Man muss heute auch ein V sein können. Ganz ausgeschlagen. Wieder ein Wurf für uns. Shaw wird einwerfen. So, ich will mich verewigen. Mit einem Tor mal wieder. Das wäre zumindest ganz nett, wenn man auch mal wieder ein Erfolgserlebnis haben könnte in Form eines Tores. Deswegen lasse ich die ein bisschen aggressiver vorpreschen. Ich fordere auch ein bisschen mehr den Ball. Ach, da bin ich genau in die falsche Richtung gelaufen in dem Moment. Das konnte er aber auch nicht riechen. Ah, schlechtes Timing. Ja, ist ja okay. Ich will einfach nur aggressiv sein im Zweikampf. Achte auf deine Position. Entschuldigung, dass ich hinten aushilfe. Ja, Martial. Hat er den Ball aus den Augen verloren. Und dafür habe ich jetzt hier so einen riesen Ambach gemacht. Man hätte auch ein V sein können, so wie ich in den reingerast bin. Muss er unten rum spielen. Spiel oben rum. Spiel oben. Spiel da mit dem. Was hindert dich denn? Au! Da hat er mich ein bisschen geschubst. Da habe ich den Ball verloren. Boah, ey. Ist der schnell. So, bisher hat sich da noch nicht sehr viel ergeben. Die war auch wieder zu spät. Ich versuche die ein bisschen sehr viel unter Druck zu setzen. Möglichst zu viel Pässen zu zwingen. Das passiert aber, passt auch ganz gut derzeit. Aber derzeit ist unser Spiel nach vorne sehr starr. Oh, Kacke. Da muss ich jetzt ganz schön schnell starten. Ach. Okay, jetzt lasse ich sie mal laufen. Jetzt sind sie ja relativ viele. Es sollte eigentlich kein Problem sein, den jetzt abzudrängen da an der Stelle. Ja. Auch hier sehr eigenartig in den Ball gegangen. Ich werde manchmal ein bisschen in die Mitte zurückziehen. Dass wir zumindest irgendwie die Möglichkeit haben. Ich fand den Pass gar nicht schlecht. Aber ich dachte mir, hoch ist besser, als wenn ich in tief spiele. Also wir werden hier am Anfang wahrscheinlich jetzt nichts reißen. So sieht das zumindest gerade aus. Nee, also die erste Halbzeit war mager. Mager-Quark. Ähm, wir haben keine guten... Ja. Wir haben nicht gut gespielt. So sieht das zumindest unser Start. Schon wieder ein schlechtes Timing. Dann steht mir mein Spieler im Weg. Ach. Immer ich und mein schlechtes Timing, ey. Machst du gut. Ja, ich muss meine Position besser halten. Uh, nicht schlecht. Schaue. Schaue. Tremendous understanding from these players. A timely challenge. Deflected out for a throw. And a sharp restart. Well, the tackle there has led to a throw. That's a wasted throw. He's given it straight to the opposition. Also ja, ich stehe hier wieder, aber... Ach, komm. Wie schlechter Versuch ist eine Ecke. Nee, gerade läuft's nicht bei mir. Hunter. Ach. Ach. Nee, derzeit läuft's wirklich nicht gut. War noch das Nichts verloren. Aber wir spielen auch nicht gut. Auch die KI hat's gerade nicht gut drauf. Nee. Ja, Sigurdsson hat ja auch ein leichtes Spiel. Ah, die Zweikämpfe kommen gar nicht an derzeit. Und dann kommen diese... ...diese Bälle zustande. Und dann gibt's Ecke. Oh, ich geh raus, weil ich nicht gut bin. Ah. AdSend. 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 Ja, wollte ich zu viel. Glaube ich auch so ein bisschen. Ähm. Dass ich einfach... ...der Mittelfeld... ...ääh, einfach Mittelfeld... ...miss ich was da und machen wollte, aber... ...wäre es... ...lesemolieren die restliche Spielzeit. Haben nochmal gewonnen. 2-0. Also ist hinten raus noch ein bisschen was passiert. Alles gut. Aber unser Transferwert... Oh, ich bin sogar als Auswechselspieler. Weil ich so schlecht war. AdSend. Standards. Kann man sich vielleicht wieder ein bisschen zurückspielen. In die... ...Formation. All right. Ich will jetzt unsere Setz-Pieße organisieren. Freistoßflanken und fortgeschrittene Freistöße. Oh, verdammt. Jawoll. Der war auch drin. Super. Der war auch gut. Der wird zu lang. So. Der geht gut durch. Schade. Der nicht so. Aber wir haben unsere Leistung schon erspielt. Da mussten wir den Torwart ein bisschen rauszwingen. Bubs drin. Auch das war gut. Alles klar. Freistoßflanken. Aber mit einem A abgeschlossen. Oh, das hilft uns vielleicht wieder zurück in die Startelf. Oh, gegen den Pfosten gelenkt. Der war drin. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie man Flache macht. Bums. Bums. Mal ein Ziel getroffen. Oh, der war auch drin. Der war schön. Ah, den hat er gehalten. Ah, den hat er gehalten. Ah, verdammt. Ja, der hat er gehalten. Oh, der kommt zu hoch. Ne, der ist drin. Ah, der hat auch ein bisschen was getroffen. Ah, sehr schön. Ja, der hat auch gehalten. Alles klar, aber trotzdem B. Also ein A und ein B im Training könnte mich zurückschubsen in die Startelf. Oh, Gott sei Dank. Das wäre auch ärgerlich geworden, ey. Du neckt mich am Arsch. So, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, also nächstes Wochenende. Und ich sage Dankeschön, haut rein, bis dahin. Ciao.